Also dieses Funkeln der Feenquelle, wo wir zuletzt waren bei Nacht, das ist schon süß, oder? Warum regnet es denn jetzt? Ich wollte heute klettern. Warum regnet es? Ich wollte nämlich zu dem Turm, den ich zuletzt markiert habe, von einer Stelle aus wandern, die wir noch kennen. Jetzt regnet es. Warum? Ich werde klettern müssen für den Turm da. Und es regnet einfach. Warum weiß das Spiel jedes Mal, wenn ich klettern will? Wie? Welcher Programmierer hat das gemacht und wie viel hat man ihm dafür bezahlt, so grausam zu sein? Was du es, Fuchs? Hast du das programmiert? Jetzt bist du tot. Tja, das hast du davon, das zu programmieren, Fuchs. Hier noch Ausdauerschrecken mitnehmen. Nur auf der Karte, nach welcher Markierung es ist. Es müsste die gelbe sein von den beiden. Aber warum weiß das Spiel immer, wann ich was machen will? Ist so gemein. Ist einfach so gemein. Einfach nur so, 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 so gemein. Äh, der gelbe hatte ich gesagt, ja. Ja, kommt auch immer mit der Karte von hier aus. Gut. Aber dann laufen wir hier erstmal ein Stück durch, sammeln ein bisschen was ein, beschweren uns über die Macher von dem Spiel. Und weiterhin zornig und wütend. Aber, vielleicht hört es ja in der Zwischenzeit... Ah, da hätte ich jetzt einen Stein reinwerfen können und einen Korok kriegen. Habe ich hier aber nicht gemacht. Was war ich denn da so rum und denke, der dürfte leben. Oh, mein Freund. Ich war das. Oh, das ist eine Scheißwaffe. Ähm. Habe ich mich nicht die Kippe da unten bedingt und unterschmeißen das Leben. Können wir mal hier, geben die Waffe auf. Äh, brauche ich nicht unbedingt. Also liegen bleiben. Exalfos-Schwanz rot. Der hat einen roten Schwanz. Rote Schwänze sind meine Lieblingsschwänze. I mean, what? I mean, what? Aber der ist mir egal. Ja. Können wir mal hier einfach drüber. Wenn ich denn darf, spiel. Ich weiß, dass du es gerne regnen lässt, wenn ich klettern will, aber... Ich sollte mich angreifen. Ja, rennt lieber weg. Ich will keine Pfeile mehr zu verschwenden. Pfeile sind jetzt langsam... Uh, die Ecke ist das. Uh. Uh, der Turm ist das. Uh. Es könnte cool werden, wenn es auch bald aufhört zu regnen. Ja, 8 Uhr in-game sollte es ja aufhören zu regnen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Genauso wie ich das will. Wenn es jetzt gleich hoffentlich aufhört zu regnen. Uh, was haben wir denn hier? Das sieht verdächtig aus. Die nehme ich mir doch mit. Mal nur, falls immer noch verkaufen. Akala. Exerzierplatz. Warte. Okay. Hier wurde man exerziert in Akala. Oder so. Wenn es jetzt nicht regnen könnte, könnte ich hier wunderbar hochklettern, aber... Moment mal. Neulich habe ich noch gesagt, oh, ich habe das Kletterset komplett. Ich glaube, das steigert, wenn es nicht verbessert. Das ist nur das Klettertempo, ne? Ich müsste es einmal verbessert haben, damit es auch bei Regenklettern erlaubt. Ist aber jetzt egal, denn wir haben... 8 Uhr... 8 Uhr 10. Und das bedeutet, es hat ingame auch zu regnen. Können wir doch hochklettern. Und ich werde wohl dann... ...offscreen die Kletterrüstung verbessern müssen. Ah ja. Aber man sieht schon so einen Unterschied beim Klettern. Ah, jetzt war wieder dieser Ton, der mich jedes Mal darauf gefühlt einstellt. Oh, fuck. Ist heute Nacht wieder Blutmond. Ich kann euch sagen, ich habe ein bisschen was in der Oberwelt ja zuletzt getötet. Es könnte bald wieder Blutmond sein. Also... Respawn alle Gegner, die ich schon mal getötet habe. Dass, wenn man es so ausspricht, eigentlich nicht so die Gefahr ist. Gibt es hier auch... Hm. Ja, die gibt es hier auch. Ei, 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 ei. Das mit wäre ein lustiger Aufstieg hier. Nämlich eine neue Form von Wächtern, die wir noch nicht begegnet sind, den ich da gerade angeguckt habe. Ah, der. Der Fliegende, der die Gegend absucht. So einem Wächter sind wir noch nicht begegnet. Allerdings macht er genau das, wonach er auch aussieht. Er sucht die Gegend ab und schießt auf einen, sobald er einen findet. Nur halt aus der Luft. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Wer weiß das schon beim Navig? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Denkst, solange ich nicht in der Fläche da rumlaufe, sollte er mich nicht bemerken, ne? Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt sehen wir uns das an, was am meisten Schutz bietet. Und. Nein! Ja genau, knall mich einfach ab. Habe ich den jetzt abgeblockt oder nicht? Spiel. Ne. Ach du Gott, du Gott, um Gottes Willen. Wird ich hier erschossen. Das war zu früh, warum auch immer. Okay, jetzt wendet er sich ab. Mein Holzschild ist zerbrochen. Ei, 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 ei. Ich bin gar nicht da, du Penner. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht da. Ich bin ja nicht mit dem. Warum wippt der so? Oh, oh. So, lass das doch. Ich bin doch Freunde. Also so ganz ohne Schild ist der schon angsteinflößend. Und das Attacke-Schleudern hat ja eh nicht geklappt. Jetzt ist er wieder verwirrt. Sehen wir mal einer, was da los ist mit dem. Aber er klärt's mir besser nicht. Am Ende fühl ich mich noch dumm, dass ich's nicht selber bemerkt hab. Ich will diese schwache Waffe hier oben gar nicht benutzen, denn scheinbar sind die Gegner was stärker. Äh, nö. Witterschwert klingt gut. Witterschwert klingt nach einer guten Sache. Hier oben ist ein Schwarzer. Er ist stark und gefährlich. Mehrere Schwarze. Ich will mich aber mal bitte nicht bemerken. Oh. Er hat mich bemerkt, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob er mich bemerkt hat. Nimm das. So will ich nicht gegen die Kämpfe. Dann gehen wir einfach weiter. Oh fuck. Das ist der Turm, wo ich hinwollte. Kann das nicht einfacher sein? Peace. Wär doch einfach einfacher. Das hier ist so auf meinem Niveau. Das ist so schon eher mein Schwierigkeitsgrad. Aha. Und beim Akala-Turm. Wo stammt denn hier die ganze Seuche wieder? Hier lang komme ich nicht hoch. Schön. Das ist nicht gut. Der Schwert ist zerbrochen. Nee, das ist scheiße. Zu stark. Mäh. Nimm einfach die Lichtschuppen ganz auf das soll. Wo lang komme ich hier weiter? Der Schwert ist relativ viel. Essen wir erstmal fix was, damit ich nicht mehr so schwach aussehe. Das war ja klar. Uh. Ruhe will ich haben. Und dann ruhe ich hin. Das ist okay. Das ist okay. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Wo ist das Auge zu der Suppe hier? Wo ist das Auge zu der Suppe da? Irgendwo hier muss ja wohl das Auge sein. Vielleicht einfach den Schmerz schlucken, ohne runterzufallen. Hier, jetzt mal probieren, ne? Ich glaube, ich fall runter, ne? Uh. Den Schmerz einfach schlucken. Wenn man einfach schlucken kann, dann schlucken wir doch. Da gibt's ja Schlimmeres. Da gibt's ja Schlimmeres. Und wenn von hier aus irgendwo noch ein Auge... Nö, ne? Nö. Einfach nö. Einfach nö. Da unten ist übrigens das Ziel, was hier nachkommt. Die Insel da links. Da springen wir dann hin. Hätte ich mal gesagt. Wird's jetzt kalt? Na, ist okay. Rüsten wir einfach mal das hier aus und das macht mich ja... heißer. Dann find ich die Kälte nicht mehr so kalt, wenn ich so heiß bin. Dann find ich die Kälte nicht mehr so kalt, wenn ich so heiß bin. Deutsche Sätze mit Navig. Deutsche Sätze mit Navig. K-Stein erkannt. K-Sturm wird aktiviert. Wieder ein Turm aktiviert. Darauf erstmal ein Bier. Hashtag ein Bier. Damit haben wir auch wieder einen Teleportpunkt, wo wir uns hier im Gebiet immerhin teleportieren können. Aber viel wichtiger als das beginnt jetzt die Datenübertragung. Und damit haben wir die Karte für das Gebiet. Und in diesem Gebiet befindet sich... Uh... Ich kann euch grad zeigen, was mich sonst noch in jedem Gebiet interessiert und wo wir vielleicht ein Teil anfangen. Das Labyrinth interessiert mich mega. Also könnte es gut sein, dass wir... dort... Ihr dürft einmal raten, warum ich grad langsam rede, aber das Labyrinth ist von der Oberwelt her nicht zu lösen. Dass wir dort auch nochmal ein Part anfangen. Guck mal da hinten. Das ist ein Turm. So. Ansonsten. Dich hab ich noch nicht markiert. Und kann ich von hier oben noch mehr sehen? Und da hab ich markiert. Super. Super. Weil Ärger, 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 Ärger. Markiert. Ja, dann da hinten ist halt der Tupen. Ich glaube, ist auch markiert. Das Entschreinigen könnte ich irgendwann dann auch mal machen, ne? Sonst sie nur zu markieren. Soll aber jetzt nicht das weitere Thema der Folge sein, denn jetzt... Jetzt zu der Insel da unten und ich glaube, von hier oben dahin zu fliegen, das wird nichts. Eher von da oben, ne? Aber zu jeder Insel kommen wir besser von hier. Und selbst dann ist das ein weiter Sprung. Hmm. 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 Übrigens, kennt ihr dieses Problem, wenn man mal einen Schluck Bier trinkt und sofort pinkeln muss? Hmm. Ich nicht. Es ist auch gerade gar nicht bei mir der Fall. Hmm. So. Kann ich von hier oben, da unten hin springen? Ziemlicher Garantie nicht direkt. Von daher landen wir mal hier bei der Fee zwischen. Ist auch nicht so der Riesenumweg, da lang zu gehen, aber... Das ist schon cooler, wenn ich hier lang gehe, oder? Und halt... Coolheit, darauf kommt es schon an. Aber darauf kommt es jetzt hier schon an, dass wir cool da hinkommen. Sieht eigentlich ziemlich, 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 ziemlich cool aus, was ich hier gerade mache. Oder? Ziemlich cool. Oh, Tabu Rasa. Was ist denn hier los? Hi. Kann ich dir helfen? Ach, hallo! So sieht man sich wieder. Wer warst du nochmal? Ich bin Dummstar. Vom Bauunternehmen Jolanda. Oh, ich erinnere mich, die, die mir die Schrottbude verkauft haben. Ja, ich auch. Was machst du hier? Ein neues Dorf warst du zwar und Tabula Rasa sozusagen. Deshalb nenne ich das Dorf Tabu Rasa. Guter Name. Ja, das ist. Mit dem Baumaterial in der Firma konnte ich ein Haus errichten, aber für ein ganzes Dorf fehlt mir einiges. Zum Beispiel. Arbeiter, Material, Geld. Ich helfe dir. Passt schon. Du hältst ja nichts davon. Trotzdem. Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Gut, dann zur Sache. Bevor wir Leute einladen, brauchen wir ausreichende Unterkünfte. Könntest du mir zehn Holzbündeln besorgen, zusammen mit dem Material der Firma, müsste ich damit ein paar neue Häuser bauen können. Zehn. Klar. Natürlich. Hier hast du zehn. Um diese Felsen zu zerstören, Muskelkraft. Ein Gorone. Ei, 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 ei. Muss der Name auf da enden. Aha. Ei, 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 ei. Ein Gorone, der auf da endet. Ist ja nicht zu glauben. Davor stellen. Ähm, ich... Lasst euch nicht irritiert sein. Ich überprüfe gerade was. Oh. Oh. Hätte echt keinen geileren Schrein hierhin. Ja gut, Gorone. Wo könnten wir nur einen Gorone finden, wenn wir noch nie einen Gorone getroffen haben? Nun, für sich ist das schon fast ein lustig guter Übergang in, ähm, was man sich als nächstes von der Quest her machen muss. Eigentlich schon beinahe ein guter Übergang. Gut, ich sag so beinahe, beinahe, beinahe. Eigentlich ist das ein richtig lustig guter Übergang. Ich bin ganz glücklich. Das bedeutet also als nächstes, gehen wir zu den Goronen. Aber wo könnten nur Goronen leben? Hm. Könnte hier nur ein Gorone aufzufinden sein. Ja, super. Ja, Link, ertrink mal, damit du hochkommst. Ertrink einfach. Ertrink schneller. Hier, ertrink schneller. Los, Link, ertrink schneller. Schneller ertrinken. Schneller. Warum ertrinkst du denn so langsam heute? Ja. Ja. Ähm, so, wo waren wir? Wo waren wir stehen geblieben? Da unten ist die Pflanze, okay. Ähm, dann zieh ich mir wieder die Kletterrüstung an. Einfach, damit ich es kann. So, da unten ist es. Und da klettern wir doch schnell hin. Ein mal gesteigertes Klettertempo. Da sind wir doch noch ganz fix. Alter. Aber es ist der Letzte. Der Letzte. Nice. Dann. Mal kurz überlegen, was wir noch machen könnten. Wir könnten einfach halt zu dem Schrein gehen. Dort den jetzigen Part beenden. Könnt man so herum machen wir es. Ich brauche nicht so riesenlange Wanderungen machen. Die sind nämlich immer relativ unangenehm. Einfach zu durchlabern. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sich noch gerade nicht das große Ziel gesetzt hat. Ich dachte echt, im Dorf könnte ich vielleicht schon mehr schaffen. Das war wohl nichts. Das war wohl zu früh gefreut. Da unten ist auch ein Pferdestall. Wie praktisch. Ein Schrein in der Nähe. Hier, richtig. Ich weiß sogar, wo in der Nähe uns war. Und diesmal hole ich mir seit langem nochmal Ausdauer. Ich denke, ich werde mir von dem Schrein dann Ausdauer gönnen. Bin ich ja schon wirklich länger nicht mehr. Insofern. Jizu Kafui Schrein. Ja, geil. Dann rein da. Rein in die Olga. Willkommen in Jizu Kafui Stein. Perfektes Ausweichen. Jip, 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 jip. Oh nein. Okay. Das ist jetzt hier immer das Puzzle. Aha. Die Plattform auch umdrehen können in der Suche nach einer Truhe, ne? Oh, da ist eine Truhe. Ist ja jetzt nicht so schwer, ne? Ist ja jetzt nicht so schwer, ne? Und dann noch so einer. Ein Weg, das herauszufinden. Da gibt's nur einen von. Ah ja, okay. Wir haben auch noch zwei Pfeile. Jetzt bring mir hier die Truhe. Tada, da, 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 da. Bin schon gut in dem Spiel. Darauf erst mal ne Schuppenlanze. Ah ja. Hier hinter ist die Tür und dann muss ich hiermit irgendwas machen. Gut, dann bedienen wir doch wieder hier das Feldchen. Oh Gott. Das war ja easy. Das war ja einfach. Jetzt raus mit euch. Einfach, weil ich es kann. Ah, weil ich es kann. Weil ich es kann. Das war der Schrein. Also dann. Einfach wieder ein bisschen mehr Ausdauer. Wir sehen uns dann beim nächsten Part, wo ich vermutlich das Labyrinth oben machen werde und vielleicht mein Weg zu den Goronen starte. Vielleicht. Bis dahin. Ciao.